Was gibt es Besseres, als die sieben Meere an Bord von vier und fünf Sterne Kreuzfahrtschiffen zu einem Bruchteil des Preises zu befahren? Wie wäre es, wenn Sie kostenlos reisen oder noch besser bezahlt werden, um die Welt zu sehen? Wie Sie sehen und wir wissen sicher, dass niemand gern alleine reist. Und mit den unglaublichen Rabatten, die durch unser Mitgliedschaftsprogramm möglich sind, könnten Sie nicht all Ihren Freunden und Ihrer Familie von diesem erstaunlichen Angebot erzählen und anfangen, Ihren nächsten Urlaub zusammen zu planen? Denken Sie darüber nach. Wer will nicht in den Urlaub fahren und die Welt sehen? Wer will nicht ein gutes Leben? Wenn etwas Neues auf den Markt kommt, ein echter Quantensprung sozusagen, würden Sie es nicht anderen erzählen wollen? Da es die menschliche Natur ist, anderen etwas zu empfehlen, das sie wirklich mögen, haben wir eines der großzügigsten Empfehlungsvergütungsprogramme geschaffen, das je entwickelt wurde. Wir wollten Sie, unsere treuesten Mitglieder, finanziell am Wachstum unseres Unternehmens weltweit teilnehmen lassen. Wir nennen es das InCruises Partnerschaftsprogramm. Gegen eine zusätzliche Aktivierungsgebühr von 195 Dollar können Sie Ihre Mitgliedschaft zum Partnermitglied upgraden und wie kein anderer von einem realisierbaren, wiederkehrenden Einkommen und einer Lifestyle-Möglichkeit profitieren. Was Sie vielleicht nicht wissen, ist, dass das Reisen eine 8 Billionen Dollar pro Jahr Industrie ist und Kreuzfahrten das am schnellsten wachsende Element innerhalb der Reisebranche ist und den Rest der Branche um atemberaubende 22 Prozent übertrifft. Und wer ist unsere Zielgruppe? Nun, die ist riesig. Es gibt sicherlich nicht die Reichen und Rentner oder nur die, die schon einmal gefahren sind. Es sind alle. Wir haben das Ziel, Millionen von Menschen in den Kreuzfahrturlaub zu bringen. Über 25 Millionen Menschen gehen jährlich auf Kreuzfahrt und nur 20 Prozent der US-Bevölkerung waren schon auf einer Kreuzfahrt. Diese Zahl sinkt auf 10 Prozent in Europa und weniger als 2 Prozent in der übrigen Welt. Das Wachstumspotenzial ist enorm. Um einen bedeutenden Prozentsatz dieser schnell wachsenden Reisebranche zu erobern, hat InCruises beschlossen, die leistungsfähigste Form des Marketings zu nutzen, die dem Menschen bekannt ist. Empfehlungsmarketing. Wer könnte InCruises besser vermarkten als Menschen wie Sie, die eine Leidenschaft für Reisen mitbringen und das Leben anderer bereichern wollen? Wenn Sie InCruises mit anderen teilen, zeigen Sie den Menschen nicht nur, wie Sie bei Kreuzfahrten sparen können, sondern bereichern auch deren Leben, indem Sie ihnen die Möglichkeit geben, die Welt auf eine ganz neue Weise zu erleben und lebenslange Erinnerungen mit Ihren Lieben zu schaffen. Hier ist das, was uns an unserer Möglichkeit begeistert. Wir haben die Nummer 1, die Sie brauchen, um ein wertvolles, nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Ein echtes Produkt mit echter Verbrauchernachfrage zu einem Bruchteil der Kosten. Als Partner stehen Ihnen mehrere Vorteile zur Verfügung, die die Zahlung der Aktivierungsgebühr zu einem absoluten Selbstläufer machen. Sie gründen Ihr eigenes Unternehmen, sind Unternehmer und nutzen möglicherweise viele Steuervorteile, die Sie jetzt verpassen. Vielleicht geht es darum, endlich seinen Boss zu entlassen und den aussichtslosen Job zu kündigen. Vielleicht möchten Sie einen geliebten Menschen in den Ruhestand schicken oder mehr Zeit mit Ihrer Familie verbringen. Oder vielleicht möchten Sie einfach nur beitreten, damit Sie Ihren 100 Dollar Mitgliedsbeitrag bezahlt bekommen können. Ja, wir haben ein Programm, das Ihnen eine beitragsfreie Mitgliedschaft ermöglicht. Hier die Vorgehensweise. Wenn Sie nur fünf Mitglieder empfehlen und aufrechterhalten, danken wir Ihnen, indem wir Ihre monatlichen Mitgliedschaftsgebühren erlassen. Und ja, Sie werden die monatlichen 200 Cruise-Dollar weiterhin ansammeln, genau wie wenn Sie noch selbst Zahlungen leisten würden. Haben Sie das verstanden? Kostenlose Cruise-Dollar sind gleichbedeutend mit kostenlosen Kreuzfahrturlauben und kostenlos die Welt zu sehen. Einige unserer Mitglieder treten als Partnermitglied allein wegen diesem Mitgliedschaftsvorteil bei. Hören Sie genau zu. Wenn Sie nur drei aufeinanderfolgende Monate lang beitragsfreies Mitglied bleiben, können Sie 100% Ihrer Cruise-Dollar verwenden, anstatt 60% Ihrer Cruise-Dollar im ersten Jahr zu verwenden und bis zum vierten Jahr auf 100% zu steigen, um eine unserer Global Dream Cruises zu buchen. Ja, 100% auf einer Kreuzfahrt, wenn Sie drei Monate lang beitragsfreies Mitglied bleiben. Dies wird es Ihnen ermöglichen, Jahr für Jahr kostenlos die Welt zu bereisen, ohne die Kosten für die Buchung dieser Kreuzfahrten zu tragen. Sie können all Ihre Cruise-Dollar ohne Einschränkungen verwenden. Sie können jede beliebige Kreuzfahrt buchen, wann immer Sie wollen und dafür 100% Ihrer Cruise-Dollar verwenden. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das lukrative Vergütungsprogramm von InCruises bietet fünf zusätzliche Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Es gibt tägliche Instant-Boni zwischen 50 und 150 Dollar, die wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden für die Empfehlung neuer Partnermitglieder zahlen. Diejenigen, die bei InCruises Partner und Mitglied sind. Sie können auch wöchentliche Matching-Boni erhalten, die dem Gesamtumsatz entsprechen, der von Ihren Partnern verdient wurde. Wir haben auch eine Möglichkeit für Sie, residuale Vergütung für alle Ihre persönlich empfohlenen Mitglieder und alle Mitglieder, die von Ihrem gesamten Partner-Team bis zu 20 Ebenen empfohlen werden, zu erhalten. Dies ermöglicht es Ihnen, ein konstantes Residualeinkommen zu verdienen, das jeden Monat auf Hunderte oder sogar Tausende Dollar anwachsen kann. Obwohl die Residualvergütung bis zu 20 Ebenen ausbezahlt wird, können Sie bis in die unendliche Tiefe mit unseren Teamführungsprämien bezahlt werden, die auf dem Erreichen einer unserer sieben Rank-Achievement-Levels basieren. Dein Rangerfolgslevel basiert auf deiner gesamten Teamleistung. Die Boni reichen von 300 Dollar pro Monat bis hin zu 55.000 Dollar pro Monat. Und denken Sie daran, dass all diese Teamführungs-Boni zusätzlich zu Ihren täglichen Instant-Boni, wöchentlichen Matching-Boni und Residualvergütung angerechnet werden. Für unsere Spitzenleader, die ein Vermächtnis aufbauen und ihren Stammbaum für die kommenden Generationen ändern wollen, haben wir einen weltweiten Marktbonus geschaffen. Dieser Bonus wird mit 5% des gesamten Mitgliederumsatzes des Unternehmens aus dem Vormonat finanziert. Wir teilen diesen Bonus gleichmäßig auf alle qualifizierten Führungskräfte auf. Eine seltene Gelegenheit, einen Bonus auf das Umsatzvolumen des gesamten Unternehmens zu erhalten, nicht nur auf das eigene Team. Und als ob das nicht genug wäre, haben wir auch einige starke Incentives wie die Möglichkeit, mitgliedschaftsfrei zu werden und trotzdem 200 monatliche Cruise-Dollar zu erhalten, wenn Sie einfach 5 Mitglieder empfehlen. Es gibt Incentive Dream Cruises, die Sie an fast jeden Ort der Welt bringen, von Asien nach Europa und in die Karibik und an so viele andere aufregende weltweite Ziele, die Sie schon immer sehen wollten. Für unsere Top-Umsatzpartner gibt es sogar kostenlose Incentive Dream Cruises und monatliche Incentives, um diese fantastischen Reisen zu verdienen.